Du! Tür ab! Sonntumpe! Nimm endlich den Helm ab, du Feigling! Du, nimm die Handkanate weg, ja? Bitte! Da! So, jetzt hab ich satt. Ich gehe! Gott sei Dank! Auf Wiedersehen! Auf immer Wiedersehen! Leo! Jetzt ist er weg. Nein, noch nicht ganz. Mir ist nämlich eingefallen, dass es heute Mittag eine so herrliche Hühnersuppe mit Nudeln gibt. Von Maki. In fünf Minuten ist sie fertig.